Ich könnte eigentlich direkt neben meinen Plastiktüten-Biertrinkfotos kommen. Und jetzt? Ja, hier. Es wird ein neues MySpace-Foto. Okay. Na, bleibt was unter. Schau mal, das sieht doch aus wie die blaue Elise. Hm, küss mich, Dego. Ein Elefant, oder? Bleib weg, bitte. Ein geiler Elefant, eigentlich. Ah, du rennst von Regen, die draußen. Der Chris hat gesagt, du bist schon ein geiler Elefant. Die anderen füllen einfach immer die falschen Momente. Du kannst doch das Elefanten-Geräusch machen, oder, Lukas? Nein, ich finde nicht die falschen, sondern wenn man filmt, sind alle Leute... Elefanten-Geräusch. ...verhalten sich immer ganz anders. Der geht so... Ne, hier. So.